Hallihallo, heute ein stürmischer Tag am Säpfergersee. Ich nehme euch mal mit auf einer Jogging-Tour. Lass uns ein bisschen durchpulsen, los geht's! Lass uns ein bisschen nach oben! Das war's für heute. Das ist das, was wir sehen. Wiener Rundfunk Abonnieren Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020